Willkommen zum zweiten Video über das Thema Bildschirmobjekte. Wo sind wir beim letzten Mal stehen geblieben? Ich habe euch was erzählt darüber, dass wir natürlich Bildschirmobjekte überhaupt erzeugen müssen, dass es notwendig ist, dass wir sie am Bildschirm überhaupt erkennen können. Also Erkennbarkeit ist etwas ganz Wichtiges. Und naja, dann kam als nächstes im Prinzip schon die Unterscheidbarkeit. Also dass es notwendig sein muss, dass sich bestimmte Objekte von anderen Objekten unterscheiden können muss, dass sie sich also in gewisser Weise abheben können müssen. Und wir hatten schon angefangen im letzten Video uns ein bisschen Gedanken zu machen über Plastizität. Also wie kriege ich es hin, dass ein Objekt als Erhaben vor dem anderen steht, als räumlich über dem anderen. Denn das ist ja eine Möglichkeit, wenn wir da jetzt nochmal zurückdenken an die Wahrnehmungsvorlesung, die ja sehr stark der menschlichen Wahrnehmung entspricht. Wir haben ja gesagt, wir gehen immer in unserer Wahrnehmung aus von einer Welt von dreidimensionalen Objekten, die einander verdecken und die beleuchtet sind. Und genau darauf zielt das auch ab. Wenn wir uns dieses aus dem letzten Video nochmal angucken, wir gehen jetzt hier in unserer Interpretation dann davon aus, dass wir hier zwei Objekte haben, einmal den Hintergrund und einmal den Vordergrund. Und das eine verdeckt das andere, also das, wo vorne drauf steht hier, das verdeckt das Element dahinter. Und eine Beleuchtung, die wir annehmen, die irgendwie von hinter uns kommt, sorgt dafür, dass dieser plastische Effekt erscheint. Und genau deswegen funktioniert das auch so gut, gerade wenn wir diese Kombination aus beidem annehmen. Also vorne hell, hinten dunkel, vorne gesättigter, hinten ungesättigter. Mir ist dabei übrigens klar, dass vorne hell, hinten dunkel häufig auch nicht geht. Das geht zum Beispiel dann nicht, wenn ich von weißen Hintergründen ausgehe. Und das ist ja immer noch Standard. Und auch berechtigterweise so, wie wir in einem der nächsten Videos in der nächsten Woche feststellen werden. Aber dann geht das natürlich nicht. Auch, da gibt es auch andere Möglichkeiten. Also zum einen funktioniert es ja auch anders. Also auch eine dunkle Fläche auf einem hellen Hintergrund wird durchaus als verdeckend interpretiert und kann auch so verstanden werden. Und es gibt andere Techniken, wie man diese Plastizität noch darstellen kann. Und zu denen soll es jetzt gehen. Die vielleicht naheliegendste dieser Techniken ist die eines Schattenwurfs. Schaut euch mal dieses Bild hier an. Und jetzt guckt mal, was passiert, wenn ich dieses Video jetzt loslaufen lasse. Was passiert mit dem grünen Dreieck? Ja, was ist passiert? Man hat den Eindruck gewonnen, dass dieses grüne Dreieck sich abhebt. Dass das mal hoch und wieder runter fliegt und hoch und wieder runter fliegt und hoch und wieder runter fliegt. Aber, das ist gar nicht der Fall. Achtet nochmal drauf. Ich zeige euch das Video nochmal. Und dann guckt mal, wo das grüne Rechteck ist im Verhältnis zu den anderen Elementen, zu diesen anderen Rechtecken. Und was sich eigentlich verändert. Und ihr seht jetzt, das grüne Dreieck, das bewegt sich überhaupt nicht. Was sich tatsächlich hier bewegt, ist der Schatten. Und zwar ausschließlich der Schatten. Aber dadurch, dass sich der Schatten verändert, hat man den Eindruck, dass sich das vordere Objekt, was wir als vorderes Objekt dann interpretieren, also dieses grüne Rechteck, tatsächlich weiter entfernt oder wieder annähert. Allein der Schatten verursacht diesen Eindruck. Es gibt noch ein anderes schönes Bildchen dazu, ein anderes schönes Beispiel dazu, an dem man sich das schön klar machen kann. Nämlich dieses hier. Ihr seht jetzt gleich eine Kugel. Und beschreibt mir mal die Bahn, die diese Kugel nimmt. Ja, was? Wie erscheint einem diese Kugel? Diese Kugel scheint eine etwas eigenartige Flugbahn zu haben, die so bouncet. Also es scheint erst ein Stück hoch zu gehen, dann bouncet es wieder nach unten und dann springt es wieder hoch. Das ist der Wahrnehmungseindruck, der sich hier einem ergibt. Aber auch hier ist dieser Eindruck ausschließlich aufgrund des Schattens. Ich zeige euch das Video nochmal mit einer eingeblendeten Linie. Und auf dieser Linie bewegt sich die Kugel die ganze Zeit hin und her. Schaut mal. Das heißt, diese Kugel, die bouncet überhaupt nicht. Das Einzige, was uns den Eindruck vermittelt, dass hier so ein Aufspringen und wieder Abstoßen passiert, ist dieser Schatten, der da simuliert wird. Das heißt also, ein simulierter Schatten kann uns sehr dabei helfen, den Eindruck zu gewinnen, dass bestimmte Abstände vorliegen, dass es also eine Plastizität gibt, dass ein Element sich zu einem anderen auf eine gewisse Art und Weise räumlich verhält. Und da wir immer zweidimensional gestalten, üblicherweise zumindest in üblichen Nutzungsschnittstellen, in so einer Draufsicht, haben wir durch den Schattenwurf den Eindruck der Plastizität, dass uns also ein Objekt vor dem anderen dargestellt wird. Wie können wir das machen? Zum Beispiel bei einem Button. Wir können annehmen, dass es eine Lichtquelle gibt. Und diese Lichtquelle wird, wenn wir jetzt so vorm Bildschirm sitzen, oben, links, hinter uns, üblicherweise, angenommen. Und das ergibt dann einen Schattenwurf, wie ihr ihn hier seht. Ich habe das oben mal schematisch hingezeichnet. Ihr seht also die Sonne. Und der Button, der liegt virtuell als Ebene über dem Hintergrund, erhaben, ein ganzes Stück da drüber, und wirft dadurch einen Schatten auf die Hintergrundfläche. Und warum ist das nicht nur oben? Wenn es nur oben wäre, dann würde der Schatten nur nach unten fallen. Und das wäre weniger plastisch. Warum ist es nicht oben rechts? Ginge auch. Könnt ihr mal irgendwann ausprobieren. Wenn ein Schatten nach links unten fällt, auch das funktioniert, ist unüblich. Es ist üblich, oben links anzunehmen. Ja, und hinter uns müssen wir eigentlich auch annehmen, weil nur dann kann es eigentlich logisch sein, dass der Schatten so auf die Hintergrundfläche fällt. Diese Interpretation ist überhaupt nicht schwierig. Ihr seht das auf der linken Seite. Das funktioniert sehr gut. Dieser Button da, der hat diesen Schlagschatten und scheint dadurch noch mehr erhaben zu sein vom Hintergrund, als das sonst der Fall wäre, wenn wir einfach nur die unterschiedliche Helligkeit annehmen würden. Der große Vorteil dieser Technik mit dem Schlagschatten ist, das funktioniert auch auf weißem Hintergrund, wie man auf der rechten Seite sieht. Das heißt, ich kann jetzt hier einen dunkleren Button, der ist ja dunkler als der Hintergrund, trotzdem sehr schön plastisch abheben, einfach dadurch, dass ich diesen Schlagschatten hinzufüge. Und dann habe ich überhaupt gar keine Schwierigkeit in der Interpretation und sehe tatsächlich ein Element, was räumlich heraussticht im wahrsten Sinne des Wortes. Man muss das nicht so kompliziert, also nein, man muss das nicht räumlich heraussticht im wahrsten Sinne des Wortes. Man muss das nicht so aufwendig machen, wie das hier der Fall ist. Man kann das viel, viel subtiler machen. Wenn ihr euch diesen Button hier zum Beispiel anguckt, dann seht ihr auch da einen ganz, ganz, ganz leichten Schlagschatten, vor allen Dingen unterhalb des Buttons, wenn ihr euch die untere Kante mal anguckt. Der ist fast nicht zu sehen. Aber diese leichte, subtile Hilfe sorgt doch dafür, dass dieser Button plastischer erscheint, als wenn es ohne diese Kante vonstatten ginge. Was gibt es noch für Möglichkeiten? Wir haben schon beim letzten Mal dieses Bild hier gesehen und haben gesagt, ja, wir gehen offensichtlich von einer Beleuchtung über Kopf aus und hier nehmen wir eine Beleuchtung wieder mal links oben an. Allerdings wäre sie jetzt quasi links oben aus dem Bildschirm heraus. Ja, und was ist das für eine Darstellung? Wieso sehen wir hier diese räumlich uns entgegenstehenden oder hineingedrückten Objekte? Einfach, weil wir eine gewisse Helligkeitsverteilung sehen. Wenn wir eine Helligkeitsverteilung sehen, wo oben links etwas hell ist und rechts unten dunkel, dann gehen wir genau davon aus, dass das wohl offensichtlich ein sich dreidimensional uns entgegensteckendes Objekt ist. Das ist ja auch eine sehr plausible dreidimensionale Hypothese, über die wir ja schon gesprochen haben. Und man konnte sich das ja so schön klar machen, indem man das Bild einfach umdreht und dann entsteht genau der gegenteilige Eindruck. Kann ich das verwenden in der Nutzungsschnittstelle? Klar, und ich muss auch nicht so ein kompliziertes Rendering nehmen wie hier, sondern ich kann das auf eine ganz, ganz einfache Art und Weise machen. Und das sind wirklich ganz einfache, regelrecht altmodische Buttons, die solch eine Technik einsetzen. Es müssen übrigens nicht Buttons sein. Also jedes Element, was sich einem so entgegenstrecken soll, kann man natürlich so gestalten. Das gilt auch für den Schlagschatten. Schaut euch mal das da an. Der Button links, der ist aus Windows 95. So wurden bei Windows 95 Buttons dargestellt. Und was seht ihr? Ihr seht links und oben eine helle Kante und rechts und unten eine dunkle Kante. Und genau dadurch entsteht ein plastischer Effekt. Dieser Button scheint uns entgegenzukommen. Auf der rechten Seite das Ganze einmal schematisch dargestellt. Ihr seht links die Beleuchtungsquelle, hier als Sonne dargestellt. Und der Button, der hat quasi so Reliefkanten. Das heißt, die Kanten des Buttons sind nicht ganz gerade herunter, wenn man sich das als dreidimensionales Objekt vorstellt. Also nicht so, sondern so. Also an den Ecken abgeflacht. Und dadurch, dass es abgeflacht ist, gibt es auf der linken Seite hier eine Stelle, eine Kante, wo die Sonne stärker drauf strahlt. Die ist dem der Lichtquelle zugewandt. Und auf der anderen Seite gibt es eine Stelle, die ist der Sonne abgewandt, der Lichtquelle abgewandt. Die fällt also ins Dunkle. Und dadurch haben wir genau diesen Effekt, dass wir eine helle Kante auf der einen Seite haben, eine dunkle Kante auf der anderen Seite. Und in der Mitte haben wir eine normale Flächenbeleuchtung. Wie das als Button aussieht, sieht man da drunter. Und das ist ja nun wirklich eine ganz, ganz, ganz einfache Art der Darstellung von so einem Knopf. Das konnte man sogar ohne weiteres bei Systemen wie Windows 95 oder sogar noch älteren Systemen machen, die ja auf Hardware liefen, die oft gar nicht viele Farben zur Verfügung hatte. Also wenn ich eine Hardware habe, die nur 16 Farben kennt, dann kann ich natürlich nicht so einen komplizierten Schlagschatten machen. Weil der Schlagschatten ja auch davon lebt, dass man einen Schattenverlauf hat. Und dann brauche ich ja schon alleine Grautöne viele. Oder andere Farbabstufungen viele. Das hat man natürlich heute. Wir haben eigentlich keine Systeme mehr großartig im Einsatz mit wenigen Farben. Zumindest nicht in normalen Computersystemen und Smartphones und Tablets. Aber die einfache Technik ist so frappierend. Die funktioniert eigentlich so gut. Die könnten wir eigentlich auch immer noch anwenden. Und manchmal wird sie auch angewandt. Aber sagen wir mal, so ein Button so zu erstellen, sieht ein bisschen altmodisch aus. Der Button hat aber einen großen Vorteil noch. Gegenüber der Variante mit dem Schlagschatten. Welche ist das? Diese Idee mit dem Schlagschatten. Ich habe oben eine Fläche und unten eine Fläche und es gibt den Schlagschatten. Das ist zwar in der Wahrnehmung plausibel, aber es ist nichts, was man von außerhalb kennt. Hingegen sind diese Knöpfe, die hier so dargestellt werden mit diesen hellen Reliefkanten und den hellen und dunklen Kanten, sind etwas, was man auch aus der normalen Umwelt kennt. Also jeder Lichtschalter im Prinzip hat dieses Phänomen, dass er ja von einer Seite irgendwie beleuchtet ist und dadurch helle und dunkle Kanten aufweist. Das heißt, wir haben hier eine Darstellung, die unsere Forderung nach Wiedererkennbarkeit erfüllt. Die Forderung will ich mal ganz kurz hier nur anreißen, denn wir sprechen darüber sehr intensiv bei der Eigengestaltung. Aber trotz alledem schon mal an dieser Stelle, Wiedererkennbarkeit bedeutet, Erinnerungsaufwand bei der Zuordnung von Bedeutung und Funktionsweise zu sichtbaren Objekten dadurch zu verringern, dass Gestaltungselemente verwendet werden, deren Darstellung auf diese Bedeutung oder Funktionsweise hinweisen. Was soll das heißen? So ein Button sieht einem anderen Objekt ähnlich, was eine ähnliche Funktionalität hat. Und dadurch gibt diese optische Darstellung uns einen Hinweis darauf, was das tun könnte, was wir da sehen. Das funktioniert gerade für solche Arten von Buttons gut. Ja, was kann man noch machen? Gibt es noch mehr? Wir haben jetzt schon Schlagschatten, wir haben Reliefkanten, das sind beleuchtete Reliefkanten, so nennen wir diese Technik hier. Was kann man noch machen? Man kann auch Helligkeitsverläufe einbauen, da muss man aber vorsichtig sein, dass man das nicht übertreibt. Helligkeitsverläufe müssen immer so gestaltet sein, dass sie sehr subtil sind. Wir sehen gleich ein paar Beispiele mal, wo das nicht der Fall ist. Ja, dieser Button, wo vorherige dran steht, woher kommt der? Der ist aus Adobe Lightroom. Im letzten Video habe ich ja über Adobe noch gelästert und habe gesagt, also die sollten es doch eigentlich besser wissen. Und hier haben sie es auch besser gewusst. Dieser Button ist auch subtil, der ist nicht aufdringlich, aber er ist viel besser erkennbar als diese komischen Strichzeichnungen, die wir in Photoshop hatten. Gut, was sehen wir hier? Wir sehen einen Button, der übrigens die Relieftechnik anwendet, zumindest ein bisschen. Der Button ist etwas komplexer gestaltet. Der sieht aus, als wäre er erst eingelassen und käme dann quasi wieder hoch. Aber guckt euch mal nur die graue Fläche selber an. Die hat links und oben eine ganz leicht hellere Kante. Ja, und die Kanten rechts und unten sind entsprechend dunkel. Das heißt, wir haben hier genau diese Relieftechnik angewandt gefunden. Das funktioniert ganz gut. Und wir haben einen Helligkeitsverlauf, und zwar einen Helligkeitsverlauf von oben nach unten. Das ist die übliche Variante von oben nach unten. Warum? Ja klar, das Licht kommt üblicherweise von oben. Und davon gehen wir jetzt auch wieder aus. Das heißt, wir können einen Helligkeitsverlauf von oben nach unten machen. Wir könnten ihn rein theoretisch von links oben nach rechts unten machen. Das macht man aber üblicherweise nicht. Sondern man macht ihn üblicherweise von oben nach unten. Das sieht meistens besser aus. Allein schon im Rendering sieht das schöner aus am Bildschirm. Und das sehen wir hier an vielen Stellen. Auch der Button, auf dem Setup steht, hat einen leichten Helligkeitsverlauf. Das ist aus Windows XP. Der Button, der mit Abbrechen hier betitelt ist und sehr vergrößert dargestellt und deswegen so pixelig ist, der hat auch Helligkeitsverläufe und auch Reliefkanten. Allerdings nicht mit harten Kanten, sondern mit weicheren Übergängen. Aber ich sehe auch, dass auf der linken und oberen Seite der Button heller ist, als auf der unteren und rechten Seite. Und zusätzlich haben wir einen Helligkeitsverlauf von oben nach unten drin. Und links, da sehen wir eine etwas ältere Darstellung aus einem Browser. Aber dieser Tab hier, der hat genau die gleiche Zusatzeigenschaft. Das heißt, der ist zum einen erst mal heller als der Hintergrund. Das ist schon mal gut, um den nach oben hin abzusetzen. Dann hat er Schlagschatten nach hinten. Und er hat einen Verlauf von oben nach unten, von hell nach dunkel. Und ihr seht sogar die oberste Kante. Die ist sogar richtig hell. Das heißt, so eine Reliefkante hat er auch. Hier hat man alles auf einmal eingesetzt, aber alles auf subtile Art und Weise. Das heißt, das wirkt uns nicht aufdringlich an dieser Stelle, sondern es wirkt ganz natürlich und unterstützt extrem die Plastizität, die Eigenschaft, dass sich das abhebt voneinander. Gut, was können wir also noch machen? Wir können unsere Liste ergänzen, die wir am Anfang jetzt hatten und können sagen, gut, es gibt den Helligkeitsunterschied zum Beispiel. Und dann packen wir noch einen Schlagschatten dahinter. Dann sieht das so aus, wie wir das da sehen. Und der Effekt ist gleich stärker durch diesen Schlagschatten. Die Plastizität ist viel höher. Wir können es mit dunklen und hellen Kanten machen. Auch das ist sehr plastisch und funktioniert sehr gut. Wir können Helligkeitsverläufe unterbringen. Und hier haben wir den Schlagschatten an dieser Stelle auch gleich noch mit. Aber auch noch einen Helligkeitsverlauf von oben nach unten. Und wir können im Prinzip alle möglichen Kombinationen ausprobieren. Wir werden einige Wochen später, wann ist das denn? In drei Wochen dürfte das soweit sein, werden wir über Anordnung sprechen, nochmal über diese Techniken sprechen. Und dann zeige ich euch nochmal einen Simulator, ein kleines JavaScript-HTML-Projekt, wo man das mal so durchschalten kann und dann mal gucken kann, wie das denn aussieht, wenn man verschiedene dieser Eigenschaften kombiniert. Man darf nämlich auch nicht zu viel machen, dann sieht es auch ganz schrecklich aus. Apropos ganz schrecklich aussehen. Dieses hier sind genau Beispiele dafür, was man nicht machen sollte. Gucken wir uns erstmal rechts das an. Das ist ein Programm zur Datenträgerwiederherstellung, also Dateiwiederherstellung. Das habe ich mir mal kaufen müssen, weil mir mal eine ganze Reihe von Bildern, die ich auf einer Festplatte gespeichert habe, abhandengekommen sind. Und ich musste dann wieder da drankommen und das hat auch geklappt. Dann habe ich mir dieses Programm gekauft. Von der Funktionalität her ist das toll. Aber in der Darstellung lässt es an einigen Stellen stark zu wünschen übrig. Das betrifft einmal schon mal die Icons, die ihr unten seht. Da werden wir ja beim nächsten Mal drauf kommen. Also übernächste Woche werden wir da drauf kommen. Aber schaut euch auch mal die Darstellung von so Plastizitäten an. Unten auch in den Buttons zum Beispiel. Die ist sehr, sehr überkandidelt. Diese Buttons haben einen aufdringlichen Charakter durch diese starke Lichtsimulation, die da drin ist. Und noch blöder ist oben diese Titelzeile, wo drin steht Stellar Phoenix Macintosh 4.1. Da hat man eine 3D-Variante. Also ist eigentlich nur ein Farbverlauf, aber es hat dadurch einen 3D-Effekt. Und der geht von dunkel erst nach ganz hell und dann langsam wieder nach dunkler. Der sieht natürlich sehr plastisch aus, aber es ist sehr aufdringlich. Hat so einen Effekt eines Rohres, finde ich. Überhaupt so einen Bartarmatureffekt kann man schnell kriegen, wenn man diese Effekte übertreibt. Aber es ist vor allen Dingen überhaupt kein Objekt, was man so herausstellen müsste. Denn es ist gar kein herauszustellendes Objekt. Da kann man nichts machen. Das ist nur eine Überschrift. Und das muss bei weitem nicht so dargestellt sein. Links sehen wir ein Bild einer frühen Version von macOS 10. Also der neuen Version, der neuen Unix-basierten Form des Mac-Betriebssystems. Als das neu herauskam, sollte sich das natürlich von dem vorherigen macOS auch optisch unterscheiden. Und dabei wurde optisch meines Empfindens nach ein Rückschritt gemacht. Wer mal Bilder sieht von macOS 9, könnt ihr ja mal im Netz nachsuchen, der sieht eigentlich ein sehr schönes System, ein sehr aufgeräumtes System, was so die Darstellung der Fenster angeht, zum Beispiel. Oder auch der Buttons. Also das sah eigentlich sehr gut aus. Ja, und dann hat man gesagt, ja, jetzt das neue System und wir haben natürlich alle Möglichkeiten. Und dann ist man auf diese Gestaltung gekommen. Das Ganze nennt sich Aqua-Gestaltung. Ja, und da haben wir gleich zwei schlechte Sachen drin, wenn nicht sogar mehr, aber wir sprechen mal über zwei. Guckt euch mal die Buttons an. Die Buttons sind genauso überkandidelt, wie ich das gerade auf der rechten Seite schon kritisiert habe. Also ein ganz komplexer 3D-Effekt, der da erscheint. Die sehen wirklich aus wie so Pillen, die da im Raum liegen. Das Gleiche gilt natürlich auch für diese Checkboxen dort. Und auch die Icons oder die kleinen, Icons sind es ja nicht, die kleinen Knöpfchen links oben zum Schließen. Ja, und was ist da noch? Ein komischer Hintergrund, eine Textur, eine gestreifte Textur. Die Fenster haben jetzt keine graue Fläche mehr, keine graue Hintergrundfläche, wie das jahrelang üblich war, sondern sind auf einmal so gestreift, sehen ein bisschen aus wie eine Jalousie. Warum? Was soll das bringen? Beide Effekte sind viel zu aufdringlich und sind, naja, sie schaffen die Notwendigkeit, dass man viel mehr wahrnehmen muss, als eigentlich notwendig ist. Deswegen unten nochmal der Hinweis auf Einfachheit. Einfachheit bedeutet, durch den Verzicht auf die Darstellung von Details, die Menge des vom Wahrnehmungsapparat zu Erfassenden zu reduzieren. Das heißt, ich muss ja viel weniger wahrnehmen, wenn ein Button einfacher gestaltet ist. Wenn ein Button ganz einfach gestaltet ist, muss ich ganz wenig wahrnehmen. Es kann dann sein, dass ich nicht genügend Hinweise habe, um eine Unterscheidbarkeit herzustellen. Dann muss ich was hinzufügen. Aber ich sollte eigentlich auch darüber nicht hinausgehen. Ich sollte also nicht Details und Gedöns, wenn man so will, hinzufügen, was der Wahrnehmung zugeführt werden muss, was wir wahrnehmen müssen, was uns aber überhaupt gar keinen Mehrwert gibt. Und sowohl diese Gestaltung dieser Buttons als auch dieser Hintergrundflächen gehört eindeutig dazu. Das Gefährliche ist hier auch noch, das steht weiter oben, dass wir die Ablenkungsfreiheit nicht mehr gewährleisten. Ablenkungsfreiheit kommen wir später zu sprechen, deswegen will ich sie an dieser Stelle nicht definieren, aber man kann es sich schon vorstellen. Diese Objekte sind so gestaltet, dass sie einen auch ablenken können und das also ein Störenfried hier im Bild ist. Wir haben bei der Architektur der Wahrnehmung ja mal den schönen Begriff der optischen Schreihilse verwendet. Und Apple hat hier eindeutig viele optische Schreihilse eingebaut. Wenn man sich die Geschichte der Entwicklung der Nutzungsschnittstelle von macOS 10 anguckt, dann sieht man auch, dass das stetig weniger wurde. Es wurden immer weniger solcher überkandidelter Elemente und heute ist das Ganze wieder sehr glatt eigentlich. Ein kurzer Einschub an dieser Stelle. Flat Design. Vielleicht ist euch der Begriff schon mal untergekommen. Er war vor einigen Jahren mal sehr beliebt. Also es ist schon jetzt wieder mittlerweile viele Jahre her, sieben Jahre her. Ihr seht hier zum Beispiel rechts einen Artikel von 2013. Da lief auf einmal durch die User Interface Welt die Mode des Flat Design. Und das Ganze als eine Gegenbewegung zu einer Design Mode, bei der ganz extrem realweltliche Objekte nachgebildet wurden. Es gab vor allen Dingen bei Apple an seinem iOS die Tendenz, ganz extrem auf realweltliche Objekte zu gehen. Da gab es dann zum Beispiel ein Notizbuch und an dem Notizbuch sah man oben links abgerissene Zettel. Das Ganze hatte ein Ledereinband. Eine App für Spiele, eine so eine Spieleplattform, hatte die Anmutung von einem Billardtisch oder so einem Spieletisch mit so einer Textur. Und sowas war ganz extrem. Auch die Soundaufzeichnungs-App zeigte so ein altes Mikrofon aus den 30er Jahren. So ein chromschillerndes Mikrofon mit so kleinen Löchern drin. Und das fanden viele Leute sehr schön. Das wurde auch sehr oft nachgeahmt. Das ist ja oft so. Das, was Apple macht, wird oft nachgeahmt. Aber es kam dann eine Gegenbewegung auf. Und die Gegenbewegung wurde dann Flat Design genannt. Einer der Vorreiter war hier wohl Microsoft, die für ihre Telefone vor allen Dingen eine neue Designsprache sich ausgedacht haben. Mit einem Homescreen, mit einem Startbildschirm, auf dem farbige Kacheln zu sehen waren. Und das waren einfach nur farbige Kacheln. Und so war die ganze Designsprache aufgebaut. Es war alles sehr, sehr reduziert, sehr, sehr einfach. Das zog dann ein in Xbox, in Windows 10 und darüber auch in eigentlich alle möglichen Designrichtlinien. Es war auf einmal ein ganz großer Hype um Flat Design. Was bedeutet Flat Design? Keine naturähnlichen Texturen, also kein Holz und keine Glasoberflächen nachbauen. Keine Schlagschatten mehr verwenden. Keine Schattenkanten verwenden. Also keine Reliefkanten verwenden, ist an dieser Stelle gemeint. Keine Farbverläufe. Keine Abrundungen mehr an irgendeinem Button oder so machen. Keine Verzierungen anbieten. Auf der anderen Seite eine starke Betonung der Typografie. Also sehr stark auf Schrift setzen, war auf einmal angesagt. Farben sehr intensiv verwenden. Fünf bis acht freundliche, helle Farben. So wurde es häufig in Designrichtlinien gesagt. Und Piktogramme verwenden, also Icons, können man sagen, verwenden. Und zwar einfach gestaltete und ziemlich große Icons verwenden. Ja, wenn wir jetzt uns unsere Forderungen angucken, die wir eben hatten. Einfachheit, Erkennbarkeit und Unterscheidbarkeit. Und das Ganze noch in Bezug setzen zur menschlichen Wahrnehmung, was wir beim letzten Mal hatten, also in der letzten Woche. Dann überlegt doch mal, was es mit Flat Design auf sich hat und ob Flat Design eine gute Idee ist. Macht mal kurz Pause und überlegt mal einmal kurz. Die Antwort ist ein klares Jein. Denn es gibt natürlich Elemente in diesem Flat Design, die sehr sinnvoll sind. Vor allen Dingen, wenn man sie im Kontext betrachtet, dieser Oberflächen, die so überkandidelt waren. Dann ist es natürlich eine gute Idee, keine Texturen mehr zu verwenden. Vor allen Dingen nicht so komplexe Texturen wie irgendwelche Holzmaserungen oder sowas, die keinen zusätzlichen Vorteil haben für uns in der Gestaltung. Aber andere Dinge sind schlecht. Und zwar zum Beispiel der Verzicht auf Schlagschatten, diese Reliefkanten und Helligkeitsverläufe. Das ist schlecht. Denn das sorgt dafür, dass es flach wird. Deswegen heißt das Flat Design. Aber flach ist keine gute Idee. Also keine Ornamente zu haben, kein Gedöns, wie ich eben schon mal gesagt habe, zu haben. Das ist sinnvoll. Aber flach, eine Oberfläche flach zu gestalten, bedeutet eine Oberfläche mit Absicht so zu gestalten, dass sie unserem Wahrnehmungssystem nicht gut zugänglich ist. Und das kann nicht sinnvoll sein. Das haben auch eigentlich alle gemerkt. Flat Design wird zwar manchmal noch gesagt, aber Flat Design in diesem krassen Sinne, des wirklich vollständig Flachen, gibt es nicht mehr. Es wird zum Beispiel häufig Googles Material Design als Flat Design bezeichnet. Aber wenn ihr in die Designrichtlinie des Material Design mal reinguckt, dann steht da etwas von Flächen, die mit Schatten voneinander abzusetzen sind und die eine gewisse Tiefe aufweisen sollen. Das ist sogar ein zentrales Konzept im Material Design. Also das Label wird heute dann meistens falsch verwendet und eigentlich hat gar keine Bedeutung mehr. Und das ursprüngliche Flat Design ist glücklicherweise tot. Gut war, keine Texturen dieser Art zu verwenden. Einfach gestaltete große Piktogramme ist auch eine gute Idee. Das werden wir in zwei Wochen sehen, was es mit Piktogrammen auf sich hat. Und die Typografie zu stärken ist auch nicht verkehrt. Aber bei den Farben ist man gänzlich irre gelaufen. Da hat man auf einmal dann gesagt, wir verwenden auf einmal sehr viele sehr auffällige Farben. Und da werden wir gleich noch sehen, dass das gar keine gute Idee ist. Einen Aspekt möchte ich in diesem Video noch unterbringen, denn der hat mit Flat Design und mit der Tiefe zu tun. Und um Auszeichnungen von Objekten, besondere Auszeichnungen von Objekten, kümmern wir uns dann in einem weiteren Video. Teiltransparente Elemente sind nämlich so eine moderne Variante, um Plastizität darzustellen. Und ich habe hier ein Screenshot von Microsoft genommen aus den einigermaßen aktuellen Designrichtlinien für das, was Microsoft Fluent Design nennt. Ich könnte auch etwas von Apple zeigen. Bei Apple gibt es auch teildurchsichtige Elemente. Das sehen wir auch gleich noch auf der nächsten Seite. Und jetzt fragen wir uns mal, ist das eine gute Idee, die ich hier habe, durch diese Teildurchlässigkeit Plastizität zu erzeugen. Gucken wir uns das Bild an. Sieht doch gut aus. Und man sieht auch wirklich, dass das eine Element vor dem anderen liegt, denn der Hintergrund scheint da auf der linken Seite durch. Ist das eine gute Idee? Die Antwort ist schlicht nein. Auch wenn es in allen Betriebssystemen momentan angewandt wird, ist das keine gute Idee, das so zu machen. Warum nicht? Denkt mal an unsere Grundforderung nach Robustheit. Das Schöne ist, so etwas wird immer gezeigt an solchen schönen Bildern. Wann hat man diesen Zustand? Ein Hintergrundbild und auf dem Hintergrundbild genau ein Fenster. Nie. Natürlich kann man diesen Zustand versuchen hinzubekommen. Das schaffen wir natürlich auch alle. Also mal alle Fenster zu schließen und ein Hintergrundbild zu machen und genau ein Fenster. Nur in einem normalen Arbeitsalltag kommt das gar nicht vor. Wir würden immer im Hintergrund andere Fenster haben oder was weiß ich, was wir da haben. Vielleicht Dateien oder sonst irgendwas. Also irgendwelche anderen Inhalte liegen im Hintergrund. Und dann führt so eine Teiltransparenz dazu, dass wir auf einmal Störenfriede sehen. Schaut euch dieses Beispiel mal an. Links auf der linken Seite, das habe ich mir mal so hingebaut. Das ist ein KDE hier in SUSE Linux. Das hatte ich mir mal installiert in einer virtuellen Maschine, weil ich das ausprobieren wollte. Und ihr seht dann dieses Menü, was bei Windows das Startmenü wäre. KDE hat ja so ein ähnliches Menü da. Zumindest bei SUSE ist das so eingerichtet. Ja, und dann drücke ich auf da System. Und jetzt seht ihr hier eine Auswahl von Programmen, die ich starten könnte. Und da sind so komische Zusatzstrukturen drin. Also erstmal steht da irgendwie Schrift scheinbar dazwischen geschrieben in heller. Und dann gibt es so einen Balken, so einen harten Balken von oben nach unten durch. Und unten die beiden letzten Einträge, die haben eine andere Hintergrundfarbe als der Rest. Die sind also offensichtlich irgendwie abgesetzt. Was hat das denn für eine Bedeutung? Ja, keine. Denn diese optischen Dinge, die ich da sehe, die entstammen diesem Fenster, was dahinter liegt. Diesem Dateimanager-Fenster da. Das ist einmal der Scrollbalken des linken Bereiches dieses Fensters. Und das andere ist, dass das Fenster da aufhört. Und oben war das helle Fenster und unten ist der dunklere Hintergrund. Ich kann aber in die Gefahr kommen, dass ich jetzt meine, dass das was bedeuten könnte. Ich werde wahrscheinlich erkennen, dass es nichts bedeutet. Aber ich habe damit Zusatzaufwand. Ich habe erzwungene Sequenzialität. Denn ich stutze ja erstmal. Und ich könnte, ja also entweder werde ich behindert, dass ich also länger brauche. Oder aber ich nehme sogar tatsächlich was Falsches an und tue dann etwas Falsches. Und das ist natürlich erst recht Zusatzaufwand und damit erzwungene Sequenzialität. Auf der rechten Seite hier jetzt das Beispiel aus von Mac, also von Apple. Und auch da sehen wir jetzt irgendwie im linken Bereich Nanu, da sind Bereiche irgendwie rötlich. Wie kommt das denn? Was hat das denn damit auf sich? Wieso ist denn da irgendetwas rötlich? Sogar noch schlimmer. Das ändert sich sogar. Und jetzt ist es grünlich und dann wird es gleich irgendwann auch noch bläulich. Wie kommt das denn? Das liegt daran, und das sehen wir jetzt gleich, da liegt ein YouTube-Video dahinter. Und das ist jetzt so ein Monitortest, wo einfach nur die Farben drin durchlaufen. Es kann aber durchaus tatsächlich mal sein, dass man im Hintergrund etwas hat, was sich stark ändert. Ich hatte das zum Beispiel tatsächlich mal, dass ich so ein Fenster hatte und im Hintergrund lag eine Website. Der Browser war dahinter und da kam dann Werbung und die Werbung, die blinkte auf einmal. Und dann blinkte irgendwo der linke Teil dieses Fensters und lenkte mich ab, ohne dass das mit diesem Fenster überhaupt irgendetwas zu tun hätte. Und nicht mal der Werbeeffekt ist tatsächlich eingetreten. Also teiltransparente Elemente haben immer das Problem, dass etwas dahinter liegen kann, was ich zur Designzeit nicht wissen kann. Es gibt Ausnahmen. Also teiltransparente Elemente in Spielen zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel so einen Hintergrund habe und dann mache ich teiltransparent vielleicht irgendein Menü. Das kann funktionieren, denn da habe ich die vollständige Kontrolle über alle Elemente. Aber in normalen Nutzungsschnittstellen habe ich das nicht. Ich kann eigentlich nie wirklich wissen, was sich hinter den Elementen befindet, die ich anzeigen möchte. Deswegen sind Teiltransparenzen immer eine schlechte Idee. Sie widersprechen immer der Robustheit. Es ist keine robuste Gestaltung, mit Teiltransparenzen zu arbeiten. Soweit meine Predigt für heute. Meine Aussprache gegen Teiltransparenzen und für Techniken zur Plastizität und wiederum gegen ein reines Flat-Disseren. Und im nächsten Video kümmern wir uns darum, wie wir unter vielen an sich gleichartigen Objekten einzelne nochmal auszeichnen, weil ihnen eine besondere Eigenschaft zukommt. Wir sehen uns beim nächsten Video. Wir sehen uns beim nächsten Video. Vielen Dank.